Weiter geht's im Super Smash Bros. Brawl. Ich glaub, der mittlerweile fünften oder sechsten Part... Ich hab schon jetzt schon mal aufgehört gezählt. Oh, ich hab auch tatsächlich alles da gefunden. Hätte ich nicht gesagt, dass ich auch hier alles vollständig gesammelt habe. Cool. Das sieht geil aus hier. Verlassener Zoo! Jetzt werden wir auf Lucas, Ness und Ash treffen. Also der Prokumen Trainer ist für mich Ash. Weil anders sieht der auch nicht aus, der Menge. Da haben wir Lucas. Aus der Earthbound bzw. Mother-Serie. Die ich allerdings nicht wirklich kenne. Ich hab Earthbound mal gespielt, so auf dem SNES. War gar niemals nicht gespielt. Jetzt heißt es laufen von diesem Monster da. Keine Ahnung was ist das. Blut, der da drin ist. So weit ich das Blut hören kann, hat Lucas auch mehr Kräfte als mehr sind. Nervt doch hier nicht rum, ey, hier ist weglaufen. Oh, ihr langweiligt, Leute. Genau, dann springt ihr mal in seine Nähe, dann macht er euch kaputt, nicht ich. Du, Nervt! Du, 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 du! Du, 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 du! Nee, also Lukas ist stärker als Nervs, würd ich sagen. Wie kommst du schon wieder rein? Da tue ich das Dähne, genau. Ja, den nervt's auch gar nicht, hier. Der fällt jetzt erstmal schön ins Wasser, da kommt er aber gleich wieder. Sag ich's doch. Hier war's das auch erstmal für den. Und gerade jetzt muss er auf die Dritte fliegen. Aber das kommt ein Mess, da geht's ihm. Soweit ich weiß, kennen die beiden sich überhaupt nicht aus der Serie raus. Weil, ich glaube, Lucas kommt bei Mother 3 vorher und Ness vorher. Ness ist, glaube ich, bei Mother 3 gar nicht wieder raus. Also, kennen die beiden sich gar nicht. Ich hab mir immer gedacht, dass sie ein bisschen voll sind. Ich glaube, ich kenn die beiden sich gar nicht. Ich glaub, ich kenn die beiden sich gar nicht. Puh! Schwitz, schwitz! Ich liebe Lucas jetzt, weil ich weiß, dass er so stärker ist als er ist. Was ist das? Ich weiß, was ich auch nicht. Ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Die Borki knacken wollen, haben wir nicht geschafft. Ich hab überhaupt den Schatten da. So habe ich gesagt. Also mit dem S hätte ich dann mehr Schwierigkeiten gehabt. Oh, Wario! Wie lange war jetzt auch, war ich ehrlich? Ich höre jetzt auf Ness keelen, aber Ness ist zu schnell. Ness ist zu früh! Ness ist zu früh! Dafür will er jetzt Lukas haben. Und Ness macht dasselbe wie Donkey Kong bei Diddy. Er will... er hilft Lukas. Und opfert sich dafür. Und da ist Ash. Ich bitte euch Leute, der sieht aus wie Ash. Schick, komm raus! Noha! Shiggy, komm raus! Weil er dieser Knospen und Jura nicht hat. Die werden erst mal gesucht. Geile Pokémon-Kampfmusik. Shiggy auch! Auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem Weg. Essen her! Shiggy, shiggy, shiggy! Oh, was mit dem? Shiggy, shiggy! Shiggy, shiggy! Shiggy, shiggy! Nein, nein! Shiggy, shiggy! Geht's doch nicht da runter? Nee! Shiggy, shiggy! Shiggy, geht's für mich! Shiggy, shiggy! Shiggy, shiggy! Shiggy, shiggy! Oh, die Dinger! Ja, die kann ich auch noch mal. Diese Fluss. Das ist nur eine Fluss in den Kopf. Ich hoffe es. Ihr könnt ruhig abhauen. Ich tue euch nichts, wenn ihr das findet. Nein! Genau, mach dich selbst kaputt. Ich tue euch mal. Aber ihr nervt. Hab ich das eben nicht schonmal gewartet? Shiggy, shiggy! Shiggy, shiggy! Shiggy, shiggy! Shiggy, shiggy! Okay, hier geht's jetzt rein. Fühlst du's dann mal außen? Ich darf nur noch mal ein cooles Schwert mitnehmen. Ich möchte nicht. Shiggy, shiggy! Wolltow bellen. Die sehen auf jeden Fall so aus. Die sich tausendmal vermehren müssen. Ich weiß nicht warum. Boah. Da pickt sich Jungen an. Ich gehe jetzt mal weg. Ich gehe jetzt noch mal weg. Ist da unten noch raus? Da geht doch gerne auf. Ein bisschen Kuchen. Geh mal runter, Shiggy! Runter, Shiggy! Runter, Shiggy! Jetzt auch nichts, aber er steht da rum wie der Ölgötze. Tschüssi! Das sind die ekelhaften Hina hier. Okay, jetzt geht's da mal rein. Bloß nichts außer Achtland und genau deswegen. Und zwei Tomaten. Wie kommt der Essen überhaupt vor Shiggy da rein? Jedes Mal ist er genau so schnell wie Shiggy. Auf einmal ist er da. Bitte, bitte, bitte! Attent, attent, ein Shiggy brennt. Ich bin hier jetzt mega, Shiggy. Yeah, Shiggy! Komm, Shiggy! Shiggy ist geil! Mit rein, die erste hat, finde ich, dieser Knochen auswünschen. Durak ist am geilsten, dann kommt Shiggy und dann kommt wieder. So, es geht sterben. So, es geht weiter. Aha, ich sehe jetzt auch noch was. Nichts hier lassen, gar nichts, gar nichts zu lassen. Ich kann hier auch nichts sehen. Das heißt, hier ist Ende im Gelände. Erstmal. Shiggy zurück! Tschüss, ich geh dann mal. Ich muss mit, ich muss den S retten. Katja und Kitty. Vita-Sphäre, Sigrid, Digi-Drive, Luigi und Baby von Luigi, äh, irgendwas. Ich weiß nicht, wie das Spiel heißt. ZDDZ. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß, wie das Spiel gemeint ist. Fox und Nadelkörby, nochmal. Und hier ist auch wieder Zeit, mich einen Cut zu machen. Also Leute, bis zum nächsten Part von Super Smash Bros. Brawl.